Top 4 schmale Schreibtische – die besten Produkte im Vergleich Ich habe den Drypacks Faltbar Tisch Schreibtisch gekauft, um meinen Arbeitsplatz im Homeoffice zu verbessern. Der Tisch ist sehr stabil und einfach zu montieren. Ich schätze das platzsparende Design, da ich ihn bei Bedarf einfach zusammenklappen und verstauen kann. Das weiße Finish passt perfekt zu meinem Arbeitszimmer und verleiht ihm eine saubere und moderne Ästhetik. Der Computertisch ist auch groß genug, um meine Geräte und Arbeitsmaterialien zu halten. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Kauf und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem funktionalen und stilvollen Schreibtisch ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Made-E-Site höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Montage war einfacher als erwartet und das elektrische System mit vier Memory-Steuerungen macht es leicht, die perfekte Höhe für meine Arbeit einzustellen. Die integrierte Memo-Board ist auch sehr praktisch und bietet extra Platz für Notizen und Ideen. Die 360-Grad-Rollen machen den Schreibtisch einfach zu bewegen und flexibel im Raum. Das Eiche-Design ist ansprechend und passt gut zu meiner Einrichtung. Ich empfehle diesen Schreibtisch jedem, der einen funktionalen und stilvollen Arbeitsplatz sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen KubiKubi-Schreibtisch. Die Montage war super einfach und das Ergebnis ist ein stabiler, toll aussehender Schreibtisch mit viel Platz für meinen PC und andere Arbeitsutensilien. Die beiden mobilen Regale sind auch sehr praktisch und bieten zusätzlichen Stauraum für alle meine Büromaterialien. Der Monitorständer ist auch eine nette Ergänzung, um meinen Bildschirm auf Augenhöhe zu halten und Nackenschmerzen zu vermeiden. Der Schreibtisch ist definitiv eine lohnende Investition für jeden, der viel Zeit am Schreibtisch verbringt und eine schöne, aber funktionale Arbeitsumgebung schätzt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Grandma Shark Laptop-Schreibtisch. Ich arbeite viel von zu Hause aus und dieser Schreibtisch hat es mir ermöglicht, meine Arbeitsposition zu verändern, indem ich zwischen Sitzen und Stehen wechsle, was meinen Rücken und Nacken entlastet hat. Der Tisch ist einfach zu bedienen und höhenverstellbar, was es mir ermöglicht hat, ihn an meine Bedürfnisse anzupassen. Der Schlitz für Handy, Tablet und PC ist eine weitere großartige Funktion, die mir den Zugriff auf meine Geräte erleichtert und ich sie immer in Reichweite habe. Die Farbe Weiß ist auch sehr stylisch und passt perfekt in mein Arbeitszimmer. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.